Hallo und herzlich willkommen zurück, weil Scribblen aus Unlimited mit dabei, der Sneaky und Maxwell und ein Affe und ein Bauer und so ein Ding und so ein Lilli und so ein Amarin. Guten Tag, Herr Amarin. Jetzt hätte ich fast seinen Nachnamen gesagt. So, warum ist Amarin dabei? Ich wollte ihn als Gastkommentator dabei haben, denn er ist super nervig. Nein. Keine Ahnung. Hui. So, aber konzentrieren wir uns aufs Spiel, so wie es aussieht heute ein Horrorspiel. Scheiß Spiegel, geh kaputt. Herr Spiegel will nicht, dass wir sieben Jahre Ungarn kräcken. So, was ist mit denen? Die greifen wir auch an. Ja, und gleich mal sterben. Badumts. Was ist mit dem? Entfernen, stehen, geben. Ne, räumen wir uns in den Leiche. Ne Leiche in den Sarg. Scheiß Leiche, greif mich doch nicht an. Nein. Scheiß Leiche, du bist ne Leiche, du darfst mich nicht angreifen. Scheiß Leiche, ey. Ich töte dich. Okay, warte mal. Backfisch. Soll es halt richtig schreiben. Backblech. Beilfisch. Blaufisch. Ploppfisch. Backmischung. Backslash. Barsch. Baumfrosch. Babyflasche. Bach. Backe. Backenzahn. Backhefe. Backhefe. Scheiße. Es gibt alles, aber kein Backfisch. Dieses Spiel hat einen Fehler. Was ist mit dem Typen los? Ach, ist mir egal. Lasagne. Oh ja, Torben's lieb. Musik abspielen. Was zeigt man das? Ah, Monster! Geil. Party Rock. P-P-Party Rock. Damals an deiner Konfirmation habe ich zum ersten Mal Lasagne gegessen. Ja. Ja, ja, klar. Ich erinnere mich dran, als ob es gestern gewesen war. Es war gestern. Auffüllen mit was? Ey, meine Waffe. Geil mir, Passe. Arrrr. P-P-Party Rock. Party, was ist mit der Alarmanlage hier los? Ein und aus. Strobokoop. Strobokoop. Strobo, Alter, da kriegt man ja in der epileptischen Schalt das Ding aus. Ja, Strobokoop. Strobo. Strobo. Wie Thrombose. Strobokoop wie Thrombose. Ups. Strobo, Drobokoop. Drobokoop. Jetzt holen wir uns mal ein Jetpack. Ich will jetzt über das Ding hier drüber fliegen, bitte. Über das Ding namens Haus. Ist hier auch noch was? Nein, die Glocke kann nichts. Die Leiche lebt immer noch, ja. Wie kommt bitte jetzt der Totengreiber aufs Dach? Und warum ist er jetzt nicht mehr auf dem Dach? Scheiß, Totengreiber. Machen die ihre Arbeit. Warum gehe ich eigentlich hier rein? Ich muss hier hoch. Und er will nur spielen. Jetzt werfe ich einen Fisch ohne Back gegen die Kiste, dass sie da weg geht. Und... Ja, Treffen sollte gelehrt sein. Aufsammeln. Irgendwie röckelt das Spiel rein. Scheiß Kiste, Mann. Okay, dann nehme ich halt ne... Bazooka. Geht immer noch besser. Juhu. Yeah. Und jetzt machen wir ne Quest. Finde die Geister und... B... B... Sie? Ah, jetzt... Ich übrigens... Ich hab in der letzten Folge so... Also für Amarin jetzt... Ich hab in der letzten Folge so einen Typ radioaktiven Brokkoli gegeben. Und... Äh... Okay, Amarin scheint gerade... In der Skype-Verbindung mal wieder abgekackt zu sein. Und ich weiß jetzt, was ich hier nehmen soll, weil ich das Level schon mal gemacht hab. Wasser. So. Und ich mach mal kurz eine Pause. Ich pausse mal kurz die Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Scribblenouts Unlimited. Und... Mein Spieler ist gerade abgekackt, so wie jedes Mal, weil der gute oder schlechte Johnny mich angerufen hat. Nanananana... Amarin ist wieder dabei. Hä? Was? Äh... Nur zu deinen Informationen. Ich hab jetzt einem Typen auch radioaktiven Brokkoli gegeben. Ähm... Wie Marcel gesagt hat. Japp. Aber das war kein Mensch. Das war ein Monster. Gib mir Dinge zum Spielen, dass ich dieses Haus verlasse. Aha. Mit einem Trator. Spielzeugauto. Ferngesteuertes Auto. Das ist ein Mäd... Mädel. Ihm. Ihr. Bobby Kass. Also kein Spielzeug. Scheißschwampe. Was gibt das so in dem Spiel? Oh Mann, die ist nicht so schwer. Oh mein Gott. Gibt's... Sarmatisch? Was? Egal. Warte, was gibt's denn noch? Und zwar ein... äh... Bauklotz. Baukotz, genau. Spielzeug. Nicht Backstein, Junge. Ja. Und was gibt's denn noch? bluuulululululululululululululululululululpc. Junge! Mädel! PCs... Oah, was hab' ich denn da letztmal noch genommen? Frisbee... Frisbee... Ach, doch mit die, okay. Dankeschön. wo sind jetzt die monster mit dem strohboko sowas mit der tosse hier ja was brauchst du ich verschwinde erst in die hochzeit bekommen ja was braucht man wohl für eine hochzeit lesbische frau nein ein mann so was braucht man noch ein fahrer und noch ein eine hochzeitstorte badaboom so und das braucht er jetzt noch ein pfarrer die heilige kirche natürlich weil was sehr schlecht weil was so bei wasser was noch was okay warum schreibe ich kreuz mit tz so und das brauchen wir noch wir brauchen noch kerze vielleicht ja jedoch eine kerze in life verloren so was brauchen ritter fährt das natürlich klar zum besteigen dann ein schwert und ein wüstung vielleicht rüstung russpanzer hat er zu schmerz so ich so max gut da kann die zweite bestimmt gut gebrauchen nie so und wieder ein sterne dreizehende oder fahrzehende stört ja dreizehende ja hätte ich doch recht so dann gehen wir mal in den dunklen verlassenen wald metapher wald oder wort wort willst du mich eigentlich verarschen diese scheiß gefährlichen kletterer das ist so ach Gott hier hilft dem fortfinder sein verdienstabzeichen zu bekommen juhu das verdienstabzeichen start ach wir sollen jetzt ein Baum fällen da sollen wir ein Dummy reparieren da sollen wir auf was schießen und oder so schnitzen was sollen wir schnitzen ach so ein werkzeug um holz zu schnitzen als ob wir da ach ne Kettensäge Kettensäge mit 3D Häh hello wannannannannannannan h ha auf jeden Fall ähhh um die Puppe zu löschen ach so und die brennt dachte grad ich muss ein Papierkorb hinstellen oder so ne mal zu abwechslung kein feuerlöscher sondern ne Wasserflasche klappt ja genauso gut bei so einem kleinen brand die wunden heilen verband ist doch ganz easy peasy was ne mumie wenn ich mich würde es mal interessieren wenn ich da draufgehe gelöschter mumie interessant zum schleifchen auf jetzt schenke ich dir so was zum schießen der typ sieht verrückt aus wie wärs mit glaubt auch viel besser gibt es zu ohne sicherheit ausrüstung kann man keine waffe abfeuern natürlich kopfhörer vielleicht ja eine waffe zum üben die perfekte übungswaffe daneben 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 er so juhu 14 der stern bei der wunsch das verdienst am zeichen ich was 15 wenn doch gerade erst 13 so was gibt es hier noch hier muss doch noch irgendwas gibt oh mein gott sieht er schrecklich aus scheiß hippies jettbeg jettbeg batman so was denn hier los nix ist hier los kleiner trollbruder oder was ich bin ich bin ok mir hat gerade eine freunde in steam geschrieben falls sie das lesen können ignoriert sie einfach so wuuu 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 ähm hier gibt es anscheinend nichts mehr dann gehen wir mal weiter die burg so ach ne, da waren wir ja gerade nein, nicht äh, was gibt's denn noch so ja willkommen in Masukulgrotte in Masukulgrotte, in der da war ich glaube ich auch schon mal fern ab des Let's Plays vor dem Let's Play und wir schweben hier äh, mir fällt das Wort nicht ein sagen wir einfach wir schweben hier gekonnt drüber was denn mit der los was denn mit der kaputt ähm wie wäre es mit meiner Pistole natürlich nach normalen Keimgiro Kuh oder Gerojekt oder leck mich so, komm und sieh's wieder Wasser dann triss jetzt kein Schwein Aua Sau dumme Sau du das muss Video sensiert werden Huuuuh haha ja was denn mit dem los hilft dem Pionier auf dem Origin Trail oder what Richtung Westen Howdy, Junges Howdy, Cowboy Was machen wir heute? The Pilger greet in Richtung Irgendwas, ich sollte echt mal Die Dinger lesen, das sage ich schon seit vier Folgen, ich bin auf YouTube Oh mein Gott, das ist ein Spaß Hey, hab ich weh Du, Junge Ich brauche einen Beruf Gib mir etwas um den Bauch Schreiner oder Banker Zu werden, gib mir doch mal Geld Geld für einen Banker Oh, passt sogar Das H-Gelb war gleich mit drin Oh, ein Orks Wir nehmen natürlich ein Meerschweinchen Meerschweinchen Passt perfekt Yay Mein Essen wird knapp So, dann nehmen wir dir doch mal ein Gesunden Steak Steam, genau Einen gesunden Steak Komm, iss Frisst du der Stoff? Was ist denn der Tier los? Schaffe jemanden, der ist mir... Achso Ein Jäger natürlich Und Jägers, Mann Waldläufer, Mensch Flugzeug Wir nehmen den Waldläufer Oh Mensch, wer Passt da gewesen Kompliziert die Formel Und dann doch nur erschießen What the fuck Das klappt hervorragend Ähm Ey, ihr schafft jetzt ein Heim für mich Ja, das soll ich jetzt auch noch machen, oder was? Villa Kriegst ne Villa, Junge Nee Ähm, ja Jetzt geht's dir gut, ja Tralalala 16 Stück Yay Neue Level freigeschaut Keil Obo Keil Obo Ergundschaft Jarrr Kumpel Spinnerbiergerat Oh Neuen Ha 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 Oh Warum müssen wir das hier jeden Tag sehen? Hör auf zu jammern Notte Entschuldigung Was brauchen wir, wie viele brauchen wir insgesamt 50? Naja Hoffentlich wird das Let's Play doch noch länger Egal Länger wird's für diese Folge sowieso nicht mehr Und deswegen Ciao, ciao Howdy Cheerio Cowboys Und Arr, Arr Das klingt jetzt zweitreich Arr, ich bin ein Pirat, meine ich natürlich Und bis zur nächsten Folge Tschüss